Jo Leute, wie geht's euch? Was geht ab? Mein Name ist Darkus und heute mit dem FIFA 19 Unboxing Champions Edition. Wir haben es heute endlich bekommen und jetzt geht's los. Neues Glück, neues Jahr, neues Pech, Luck oder auch Pech, wie auch immer. Und ja, wir haben ja auch noch ein Steelbook dazu bekommen, FIFA 19 Ultimate Team. Ja, nichts Besonderes von innen, ist jetzt auch nicht wirklich irgendwas drinnen, einfach nur ein Steelbook. Und hier nochmal von der Seite FIFA 19 Ultimate Team mit Neymar, Dybala und De Bruyne drauf. Eigentlich sieht es schon cool aus. Ja, ich würde mal sagen, fangen wir an mit FIFA 19 Champions Edition. Was steht hinten drauf? Dominiere das Spielfeld, bla bla bla. Enthalte, enthält bis zu 20 Jumbo Gold Packs. Ja, das sieht immer so geil aus, aber die bekommt man erst jede Woche ein Pack. Also nicht alle auf einmal, das wäre ja sonst zu heftig. Und ja, auf jeden Fall, hier ist FIFA 19 und das ist der Moment. Bam! FIFA 19 CD, sieht eigentlich auch relativ fresh aus. Und ja, ich muss mal jetzt kurz gucken, wie in den Codes, ob hier irgendwas drin ist, was codehaftig ist. So, hier, zack, das war eigentlich nur drin. Auf dem anderen steht ein Code drauf. Und hier haben wir, zack, bau dein Wunschteam. Und ja, ist eigentlich nichts Besonderes, aber ich dachte mal, ich hau jedes Jahr einfach mal ein Unboxing raus. Bisschen den Hype steigern. Ja, auf jeden Fall war es das von meiner Seite aus. In der Beschreibung habt ihr noch mein Instagram. Checkt das nochmal ab, falls ihr nichts verpassen wollt, wenn ich neue Videos hochlade und so weiter. Und ja, auf jeden Fall sieht das richtig cool aus hier mit dem Steelbox, äh Steelbook. Und ja, auf jeden Fall, checkt den Kanal ab. Ich habe schon sehr, sehr viele Tipp-Videos hochgeladen, wie man besser in FIFA 19 wird. Und ich werde euch auf jeden Fall auch Tipps geben, wie man in FIFA 19 sehr schnell Coins macht. Und ich werde auch noch den Autobayer diese Woche noch hochladen. Das heißt, checkt das ab, für die Web-App ein Autobayer. Und ja, das war es von meiner Seite aus. Haut rein, neue Starquels. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.